und die jetz sie ist erzieher und hier schatten es kann sein dass du übrigens ein questgegenstand und was Was tut denn die Tasche in mir? Bitte melden. Ihr spricht Agent Lex. Ich erwarte von meinen Agenten, dass sie ihre Neutralisierungen selbst durchführen. Guck mal, da läuft irgendwas Grünes noch. Hier geht direkt... was ist er denn? Eine Wache. Kann man die angreifen? Ne. Gut, dann weiter dieser Bespruchfolgen. Hier liegt ja auch schon mal was. Untersuchen. Untersuchen. Qual. Da ist ein... Wir sind doch böse, ja. Kito. So. 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 das ist immer zu mir geht ich bin ja keiner so Soldatmissionen Stellungskampfwächter von ja gar nicht lange überlegen ob da alles kaputt machen ich bin schon wieder in vom Buch die Aluminium keine Ahnung München ist so Ulla Schatten-Dingendro weiter und man schickt hier auch jetzt ist fertig sie mit der Sitzung auch beim Klacken in der Rösten alles für die Rüstung ein schattig ist was die Technologie sie ist auch irgendwo zusammen Das hatte ich schon gelesen Ich muss jetzt mal diese Hose hier anziehen Ich glaube fast das ist eine Tankhose So, äh, joo Ach du, ne? Und wie es gibt hier nichts mehr Die große Jagd trefft sich mit Jägerin Kezia an Sonnagas Unterschlug Ich hab sogar noch Quests, die sind noch gar nicht fertig Äh, die sind fertig, aber ich hab die noch nicht abgeschlossen Ja, das sagen wir noch von drüben Oder, äh, meinst du hier? Ja, generell Hier ist noch ein, ne, eins Ich sehe nichts Auf die Karte Ja, so können wir nicht ganz gut Wenn du M Schaltest Dann siehst du die Karte Hm Hm Und das wird die ja nicht Dann werden sie hier rüber also Aha, ich werd angegriffen Okay, also weiterlaufen Ich glaub das bringt's, wenn man die Karte ignoriert, oder? Die kommen nicht hinterher Ja Ja Ich würd sagen, wir folgen erstmal den Weg, oder? Hm? Wo müssen wir eigentlich ankommen Wo müssen wir eigentlich ankommen? Wie ist die groß diese Karte irgendwie? Irgendwie hier so Weil, ist das gut Steht jetzt nur sechs Ja, ja Aber immerhin, der man angezeigt hat Ah, hier, der günstiger Oh, Fettchen. 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 Boah, das spielt wirklich. Oh, Spocken. Oh, wir müssen den Fettnir umsetzen. Oh, nein. Fangen wir an. Ist er tot, oder? Nein. Wird das einstellen? Weil ich doch nicht. Jetzt. Tatsächlich. Komm, ich bin einsam. Oh, ich bin tatsächlich. Wieso redet ihr jetzt? Äh, steht der da? Hm. Was soll denn, äh das zurückbringen zum Altar? Wow. Warte mal hier noch ein Buch? Oder so ein Wüfel? Ey, Alter. Glaubst du das, dieser Scheiß? Doch den Würfel. Wozu auch immer, die gut sind, ne? Ja, sie müssen wir, glaub ich, irgendwie zurück und den ganzen Scheiß mal abgeben, oder? Dann lass uns zurück. Wenn man jetzt gerade ausläuft, ja, Feuerblutdorf, genau, wir müssen eigentlich tatsächlich zum Feuerblutdorf umgehen. Okay. Du, ich laufe hinterher. Hier ist gleich noch ne Quest. Wie stabil ist Symphonit. Hm, wird schon schief gehen. Ach so. Gucken. Hier steht eine neue Questfähigkeit zur Verfügung, drücke Tee oder klicke auf die Symphon, um sie einzusetzen. Aktion noch nicht möglich. Boah, bin ich schnell. Guck mal, wie schnell ich bin. Wie bist du so schnell? Ich hab da was angeklickt. Oh, Tee, ja, rupte. Oh, Tee, rupte, 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 rupte. Wieso? Oh, der Pils hat mich getrunken. Oh, der Pils hat mich getrunken. Da ist der Waffen, ja klar. Oh, Quest fehlgeschlagen. Wieso? Weil sie fehlgeschlagen ist. Egal. Das ist irgendwie alles unstrukturiert. Wieso? Man kann alles durcheinander machen, äh, machen. Ja, also. Hm? Äh, damit... Ach so, hier ist das einfach. Okay, sieh ja... Blut, Kriegsweste, oder was nochmal denn noch da? Ist aber schlecht. Also, ja, okay, plus Crit, aber... Ansehen. Ist mir zu viel zu man sehen. So, jetzt ist das eine Ding erstmal, aber... Bausichtsstufe. Ich verstehe mal nicht... Ach so, wie er aufgestiegen wird. Neue Funktion, Recycling. Ach cool, man kann Sachen kaputt machen in seinem Dings jetzt. Ja. Ja, ist so ein Hammer und dann musst du wohl die Sachen anklicken und dann klickst du auf den Hammer in deinem, in deiner Tasche. Verpasster Anruf steht hier. Ja, pass mal auf, dann taue ich mal diese Weste hier. Oder? Äh, oder diese... Ne, ich meine, die Hose, die ich voran hatte. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt arbeite. Hm. Was denn das? Gegenstand hier rüber ziehen, um ihn zu löschen. Also Recyclebar gekennzeichnet. Okay, also das kann ich recyceln. Bist du sicher, dass du diesen Gegenstand recyceln willst? Recycle. Aha, Erz- und Edelsteine kamen da raus. Neue Kassenfähigkeit. Polaritätsfeld. Technologie Schadung bewirkt auf Erschöpfung. Okay, komm. Ach so. Hm. Ups. Mhm. So, mal die 1 abgeben hier. So, gehen wir die ab hier. Wächter von Deradun. Jetzt können wir hier schon wieder irgendeinen Krempel aussuchen. Freue aber eigentlich nicht. Aber man kann ja auch verkaufen, ne? Mhm. Ich hab meine Recyclebar im Gegenstand, dann geht's zu clear ich die doch mal. Ich hab den Rucksack im Rucksack. Oui. So. Koppel, ne? Ich hatte graue Zeugs. Okay. Mhm. Das sind, äh, diese, ähm, Rüstelteile. Wohnenplätze und... Ja. Ja, Wohnenplätze. Wo sind denn die Wohnen? Einfach. Okay. Ach so, und vergiss mal nicht, äh, diesen Rucksack zu benutzen. Da ist da so ein, äh, Lederfarbener Rucksack drin. Da sind ja immer Sachen drin für die Stufen. Ja, hab ich die zu gemacht. Was hab ich da drin? Gnadenlose Moody-Maske. Mhm. Wie benutze ich jetzt die Runde? Die musst du da reinpropeln irgendwie. Hab ich letztens auch gemacht. Also ich hab da irgendwas reingemacht, ja. Ach so, wenn du die Runde hast, ja. Ja. Wo ist denn mein Charakterfenster? So, C oder so. Ansonsten irgendwo da, äh, eine Taste. Charakter. Oh, was ist mit dem Ruhl? Ja. Der ist doch kein Alter. Okay. Wack mal, wenn du diese Masken nicht verkaufen musst. Das ist so. Da braucht man sich zwei dieser... Ach so. Das sind pvp-Klamotten. Ach so. Das sind pvp-Klamotten. Feuer, Erde, Wasser, Wegen. Mal wissen's. Alter, gespielt. Anruf 4. Passer Anruf, das filmische Modus. Gedenke der Götter von Mikros. Ich helfe dem Lehrling. Ach, das ist auch noch was. Okay. Ich bin sicher, mein Angebot wird verzeigen. Ach so, ey, du kannst hier, ähm, bei dem Händler, wo ich grad bin, der die Reittiere hat, ne, da kannst du diesen, äh, diese vorläufigen Führerscheine wieder für die Raptoren kaufen. Mach ich. Fünf Silber. Habe ich. Es ist ein Zeichen des Filmes. Es ist ein Zeichen des Filmes. Umgekurs. Leider. Er ist ein Zeichen des Filmes. Es ist ein Zeichen des Filmes. Karte Naja, ich seh dich, also smiley Wer ist denn der hier? Gesicht, ach so hier kannst du dein Charakter werden Oh na na Machen Was ist das mit dem Wasser? Ich muss das Ich muss das Auch kein Händler G-G-G-G an die Arbeit G-G-G an die Arbeit Alles klar Hast du es rausgekriegt? Rede, rede! Rede, rede! Hm. Hm. Da ist es noch eins und zwei wird mir angezeigt. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Bei den einem musste man reden. Ja, man muss tatsächlich irgendwas einsammeln. Ich gehe mal zu zwei jetzt und da ist auch noch eine drei. Achso, hier muss man irgendwas anklicken. So. Achso. Du bist die Zentrale. Möchtest du zur Blutroten Insel zurückkehren? Kommt man von der Insel wieder hierher? Einfach schon, oder? Ja. Da waren wir doch von dort sind wir gekommen. Ja, ich will die Quest abgeben. Dann? Ja. Kommt, das klappt. Das. Das ist richtig. So. Aber ich glaube, man muss ganz am Anfang wieder warten, ne? Hm. Dann muss man das erstmal machen, ne? Aber ich sehe nicht, wo das zu abgeben ist. Ja, muss ich auch nicht. Sind noch teilweise nicht aufgedeckte von uns, äh... Wird so. Wird so. Wird so. Wird so. Geschichte des Gebüts. Ja, wir haben die ganze Karte nicht aufgedeckt. Ja, wir haben die ganze Karte nicht aufgedeckt. Hier ist der Karte nicht aufgedeckt. Ja, es ist nicht aufgedeckt. Hier ist der Karte nicht aufgedeckt. Hier ist der Karte nicht aufgedeckt. Giftige Absichten der Königin aus Mao geschaut. Ach, guck mal hier. Einfach auf die Quest klicken. Hier geht's weiter. Um die Quest abzugeben. Hier ist der Karte nicht aufgedeckt. In der Karte nicht aufgedeckt. Nein, aber ich gehe mit dem showen. Und jetzt ist der Karte nicht aufgedeckt. Wie ist die Person? und so nicht total die durch die Orientierung verlor ich komme zu dir es ist gut mach mal ruhig ich glaube ich noch für bald du musst in diese gucken wo diese Quest ist dann klickst du mit links in den Questlog auf diese Quest ich hab mir ja keine Quest angezeigt im Questlog abgeschlossen mit links draufklicken auf die Quest und dann wird dem Fall angezeigt wo du hinlaufen musst um die abzugeben mhm gut ach der Weg wird ja auch markiert ok 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 Nichts. Hmm.